Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen in den letzten Folgen, habt es immer mal wieder in den Kommentaren so ein bisschen, naja, eine Auseinandersetzung mit uns, wenn man so will, weil sich viele beschwert haben, dass wir diesen Fake-Beef jetzt haben und dass die Folgen sehr anstrengend geworden sind und wir haben euch natürlich gehört, ganz vor allem den guten Horseman, der einen sehr guten Kommentar dazu geschrieben hatte, wo wir auch nochmal das eine oder andere besser nachvollziehen konnten. Fakt ist, wir versuchen uns ein bisschen weniger auf dieses unbedingte Gewinnen einzuschießen, weil wir sind einfach ultra-competitive, sondern versuchen wieder mehr auch Mindgames zu machen etc. werden deswegen auch Melan-Launcher LC rausnehmen, auch wenn das in der Aufnahme noch nicht komplett geklappt hatte. Generell möchte ich allerdings sagen, dass diese Attitude des gegenseitigen Dissens und gegenseitiges so ein bisschen Mobben einfach von Anfang an dabei war. In letzter Zeit haben wir es vielleicht ein bisschen übertrieben und das werden wir reduzieren, aber dieser Fake-Beef, der hat immer existiert. Wir haben uns immer gegenseitig angekackt und wenn ihr euch die ersten Folgen anguckt, dann werdet ihr sehen, dass das auch schon immer so war, nur vielleicht ein bisschen zu viel und deswegen wollen wir es ein bisschen reduzieren, aber keine Sorge, ab und zu ist auch immer noch ein bisschen was Retardetes dabei. In dem Sinne, genießt die Folge, tschüss, viel Spaß. Und Andaki macht jetzt auch noch eine Folge, die kam gestern, die kommt normalerweise mittwochs, aber Kutscha hatte seine Aufnahme wieder vergessen, deswegen musste jetzt Andaki für Kutscha einspringen, deswegen muss ich das Intro machen, weil Kutscha normalerweise die erste Folge gewesen wäre, war es jetzt nicht und wenn die Kevins Folge hört, werdet ihr hören, dass Andaki am nächsten Tag hochlebt, lasst euch nicht verwirren. Das macht schon dessen Kutscha und deswegen seid ihr jetzt alle verwirrt, aber Andaki, die Folgen hoch, Link in der Beschreibung, viel Spaß. Abonniert, Krokettenkalle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu heute Freitag in Folge Tee, Tee, Tee. Wir benehmen uns jetzt mehr, aber da schießt schon der Herste, also vielleicht stimmt das auch nicht. Aber es ist der Plan. Übrigens, das Mail-Lautschaut zu überhaupt nicht rauskutschen, nur damit das... Echt nicht? Ne, das kannst du immer noch kaufen. Bist du im Trader-Shop oder was? Ne, ich war letztens im Trader-Shop und da wollte ich ihm was sagen. Hast du die halt runtergeschoben? Öste, coole Märchen und viel Spaß im Rang. Alter, war oben. Bist doch Inno, oder was? Wer war denn weg? Warte, was? Ich hab den jetzt weggemacht. Ne, den runtergeschoben. Wer hast du weggemacht? War der Inno? Ja. Ja, das ist jetzt mal eine scheiß Situation eigentlich. Ja, toll. Hanna. Okay, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, Hanno hat irgendwie den runtergeschoben, sondern hat Kutscha Hanno getötet. Und Hanno ist Inno. Also ist Kutscha, ja. Kann ich verstehen. Also ist Kutscha Trader oder was? Hier haben wir geschossen? Ne, das nicht unbedingt, aber ich hab grad nicht geschossen. In der Glasscheibe. Ja, ihr habt ja mal gesagt, ihr wollt, dass ihr ein bisschen mehr die Mapper kunde, als er kunde ich jetzt im Map. Ach so, der Splatterman macht gerade was wahrscheinlich, ne? Am PC oder so? Ach so, der macht ja auch schon eine Aufnahme, ja. Ich bin gleich fertig mit den Vorbereitungen, sorry. Hey, vorbereitst du denn da, mein Junge? Da schießt schon wieder einer. Ja, ich. Sag mal. Bin das hier, Jonah? Kutscha, was geht? Na du? Ja, du hast auch Gefühle. Ja, du hast Gefühle, aber keinen Mund. Oh. Das ist alles rum, lieber. Ey, ich will nicht noch mehr Trashtalk hier reinbringen. Ah, Trashtalk? Ich hab nicht mal unten links geguckt, ob ich Trader oder Inno bin. Ich bin einfach losgelaufen. Wie groß ist diese scheiße Karte? Alter, wer hat geschossen? Keine Ahnung, aber hinterher ist was explodiert, oder? Nee, Johnny hat geschossen, oder? Ne, guck hier, ich kann dir meine Waffe geben. Da ist kein Schuss raus. Ne, ich möchte ja nicht. Ach so, ja, gut, dann gib mir die wieder. Oh, lol! Alter! Alter! Alakmie, Alakmie hat einen Baseballschläger. Homerun! Nein, fick dich! Hier, ich hab ihn, ich hab ihn. Nice! Aber das ist ja noch einer. Ja! Ja, Mann, ey, ich wusste es! Das dachte ich mir auch, das dachte ich mir auch. Ach, Mann. Junge, Junge. Das sagt man, mach deine Aufnahme mal ein Bläsk, ich mach meine Aufnahme an und dann schubst es mir aufs Bahngleis. Oh Mann, Max, warum hast du das gemacht? Ich hab genau, als du ihn runtergeschubst hast, deine Identität, das wär so nice geworden. Hey, bist du nicht von der Map geflogen, Christo? Nein, ich bin hängen geblieben. Ja, das wissen wir aber warum. Ja, das wissen wir aber, du bist von der Map geflogen. Ich hab mich da vollfach gelabert und musste Max töten, weil ich so gesagt hab, du bist doch Inno. Ja, das war so ein bisschen weird. Ja, ich so, fuck, was hab ich gesagt, hab ich mir den Headshot gegeben. Das hab ich mir auch so gedacht, ich steh da so, äh, hä? Wat? Eieiei. Schade. Oh. Das dauert aber wieder in den Beinen. Wie groß ist die Kack-Map denn? Hat sich Nico eigentlich mittlerweile mal gemeldet, oder ist der tot? Alter, ihr habt sechs Schlaf bekommen. Der hat doch richtig den Schlaf mit Rhythmus-Rip, oder nicht? Ja, aber Johnny auch. Das ist ja nicht unser Problem. Ey, wieso Johnny? Okay, ich bin um halb fünf aufgestanden, bin um zwölf im Bett. Ja, ist so. Weißt du, wo wir sein Schlaf-Rhythmus fix, der Bengel, Alter. Wirklich, das ist ein Bengel? Oh, ich bin beim Unlucky-Wie. Bengel würde ich so unterschreiben. Ich bin übrigens innocent, ne? Ja, wenn wir jetzt hier Liebe rummachen, muss man das hier auch mal wieder sagen. Oh. Du bist mit einem dicken Error bei mir rum. Das ist echt? Irgendwas fehlt mir immer noch. Chris. Kill. Hey, Philipp. Hey, 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 hey. Alter, geh raus da. Warte mal, das ist rot. Nein, nein, es ist grün, es ist grün. Oh, sorry, ja, ja. Aber du hast keinen Schaden bekommen, oder? Ne, ich hab keinen Schaden bekommen. Hä, weil hier ist sauviel Blut hinter. Geh du mal rein. Geh du mal rein. Du bist voller Blut und du hast keinen Schaden. Kutschak, geh mal in den Raum. Okay. Ah, du schießt mich nicht ab. Hä, ne, 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 Traitor, Traitor, Test und so machen wir nicht, ne? Ach so. Aber er hat jetzt schon gemacht. Den muss ich nicht proven. Aber das ist dieses rote... Alter, ich krieg Schaden. Oh, ich krieg damage. Ich krieg damage. Nein! Ich komm hier nicht mehr raus! Ihr Ficker! Hä? Kirst du! Wovon? Geht gleich auf, geht gleich auf. Wie wärs denn jetzt, also... Kutscha, wo bist du? Ich bin weggerallt. Ich hab 10 HP. Oh, hier hinten. Ah, ich krieg damage. Das hier hinten macht damage. Ja, das ist die... Wo seid ihr denn alle? Die Atom-Aura da. Jo. Oh, lol. Habt ihr euch jetzt getestet, oder was? Ihr seid ja alle übel, oh. Oh, Kutscha ist super low, ja. Ich auch. Jungs, haut nach, Alter. Kutscha, komm mit. Ihr bleibt zusammen. Nee, mit dir möchte ich nicht zusammen sagen. Habt ihr euch getestet? Ja. Ja, dann muss es ja Kevin, Johnny oder Max sein. Oder... Der Kevin ist hinter uns, warum ist der Kevin hört? Wieso bist denn du hört, Johnny? Auf dem scheiß Gas! Ich bin von... Auf dem scheiß Gas gehörtet. Ey, Gas, Junge. Ja. Ich bin für das alleine, wenn ich nicht mehr rede, wisst ihr was Sache ist. Ja, bin ich. Christo, welche Waffe hast du? Alter! So, was ist das? Weiß ich nicht. Warte ich gar nicht. Haben wir das gerade geschossen? Nein. Das war irgendwo hier rechts. Ist das eine AK? Wo seid ihr denn? Nee, das ist eine AR. Das ist halt so eine M16, so ähnlich. Ah ja, okay. Auch bei Kutscha. Hä? Hm. Hä? Hast du gerade gesagt, Max? Ja! Leute, irgendwer hat gerade wir weggemacht. Äh, Kutscha ist tot. Hä? Irgendwer hat Kutscha weggemacht. Also entweder... Kann Christo nicht lesen... Also ich habe jetzt Christo weggemacht, weil... Ich laufe ihm die ganze Zeit hinterher... Und er sagt, ich bin immer noch bei Kutscha. Und hier ist niemand außer... Außer uns beiden. Äh... Deswegen habe ich auch gesagt, welche Waffe hat er und so. Hä, wo bist du denn? Weil ich... War Raph gerade gar nicht, wo ihr alle seid. Ja, ach komm, hör auf. Hä, Christo, hast du jetzt den falschen Namen gelesen, Alter? Das musst du mir danach mal erklären, Alter. Vor allem er hätte auch am Anfang gesagt, ja, Kevin ist hinter uns und wir sind low. Und ich drehe mich um und da ist kein Kevin. Er ist richtig querschnittsgelähmt. So, aber ich bin der letzte Inno, ja? Ah, Johnny, Johnny, Johnny! Aha, Johnny, alles klar. Äh... Hey, wie lange lebt denn, na? Alter, warte, ist doch dieser Raphael kaputt. Oh! Oh! Ja, reicht ja nicht mehr, Launcher, Alter. Ja, Timmel, wo sind wir denn? Wo bist du denn? Komm, wir machen einen Showdown. Auf der Autobahn. Alles klar. Hast du Bock? Hey, wie kommt man da denn hin? Versteh ich nicht. Huhu! Alles klar. Ich habe irgendwas erklärt, dass es mal wieder passt. Ja, Max, ich habe gar nicht mehr auf den Namen geachtet. Ich dachte, es wäre die ganze Zeit Kutscher gewesen. Hä? Aber... Ja. Es ist doch klar, dass... Ja, okay. Unlucky. Vor allem, Unlucky macht einfach halt weg. Dann geht er einfach Flask hin und untersucht trotzdem noch die Leiche. Dann macht Unlucky Flask weg. Ich versuche Unlucky wegzumachen, den machen wir auch noch weg. Ich habe ja gar nicht gesehen, dass da jemand gestorben ist. Ich habe nur gesehen, dass Tim gerade eine Leiche identifiziert ist. Aber ich war hinter dir und habe es gesehen. Ja, aber du hast ja auch nichts gesagt so. Du hast ja einfach nur gesagt, ja... Ne, du bist einfach gestorben. Oh, ne, was zu sagen. Wir sind einfach Dummköpfe. Das war halt auch dumm. Ja, das stimmt. Ich glaube, hier kann der Traitor dieses Gas aktivieren, oder? Ich habe einfach alle Sahnen nicht weggemacht. Ich war halt ein bisschen probiert. So, ich weiß nicht, was euer Problem sein, ja. Tim und Kevin sind halt so die schlimmste Traitor kommen, wo die kriegen können. Ja. Und die sagen halt beide einfach nichts. Ja. Ist echt so. Ja, die müssen sich auf ihren Aim konzentrieren, weißt du? Ne, doch. Das Witzige ist, Kevin hat ja was gesagt. Aber als ich Kutscher gekillt habe, er so... Ja. Ja. Ich so, hey, halt auf bei deinem Maul. Weißt du, er sagt die ganze Runde nichts. Und dann, wenn ich ihn wegmache, sagt er was. So, hey? Wer ist denn das hier? Der Kevin. Ich bin auch schon wieder da unschuldig. Ja. Ist meine Augen. Hier flackert aber einiges. Ich bin doch nicht einmal Traitor, Alter. Ich bin grad irgendwie einfach weggebeamt worden. Was für eine Traitorhaut? Hier ist einfach einer direkt vor mir im Traitorhaut. Ja, Johnny, ich glaube, das war... Ich glaube, ich war bei dir und irgendwer hat das Ding hochgemacht und ich wurde weggebeamt. Hä? Weil ich bin jetzt bei Kevin. Weggebeamt? Ich bin grad einfach hier gespawnt, als ich in diese... Wo der Traitorhaut eigentlich ist, da ist so diese Treppe, die hochfährt, oder nicht? In der Map. Les, warum bist du hurt? Oder bin ich gerade falsch? Ne, ich kenne. Und ich glaube natürlich, dass ich da nicht sein konnte. Ne, ähm, warte mal. Ich hab Maxim gebracht und der hat mit dem Deagle einmal zurückgeschossen. Hey, ich lebe. Hey, ich lebe. Was? Ja, ich hab Falsche anbekommen, ey. Hey, warum wolltest du denn... Achso. Achso, weil... Warte, bist du was? Hey, ich lebe. Das ist schon... Jeder so ein schwieriger Traitor. Gut, schon. Party, Party. Bin bei Kevin die ganze Zeit. Er sagt mir nichts. Party, Party. Ja, dann ist er Traitor. Das ist echt der beste Song. Ich hab den schon ganz vergessen. You say Party, I say Disco. Party. Disco, Disco. Ne, anderswo. Kevin, überzeugen dich bitte mal davon, dass du inno bist. Soll ich da machen? Ich hab 38 FPS bei fucking TTT. Versuch mich zu überzeugen. Versuch mich zu überzeugen. Verkauf dich ein bisschen. Guck dir mal die letzte Runde an, wo ich auf dem Boot war. Da hab ich auch nichts wieder rein. Weiß nicht. Ich glaub eher nicht. Ich sag ja nicht, dass du Traitor bist. Ich sag ja nur... Ah! Ich will hier drauf. Kann vielleicht mal einer der Trainer von letzter Runde sagen, ob er sich auf Überzeugungs angemacht hatte. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass... Oh, leu. Kann man auch rüberballoncieren. Am besten nehmen... Ah, Kutsche. Kutsche überzeugt. Ah, wenn du das jetzt machst. Hallo, Vleski. Das gleiche hab ich auch gedacht. Warte. Das ist American Stand-Off hier. Was ist das für ein Stand-Off hier? LOL. Alter. Alter. Alter, wir alle hier sind... Tanz, Junge. Alter, wir sind echt viele Zeugen da. Lieder gehört Vertrauen. Alles klar. Mit dem Traitor kann man nicht vertrauen. Freundschaft muss nicht perfekt sein, nur echt. Ah! Wow. Alles Meme. Hashtag geil. Jo. Hallo. Hi. Vleski, Junge. Ich wollte da deinen Namen hinschreiben mit nem Herzchen. Hat der nicht gerade angeschossen an Lucky Me? Nee, der hat aber mein Dings weggemacht hier. Ach so, ich hätte die jetzt fast weggemacht, Junge. Du hättest aber Unsinn erzählt, dann hast du gleich ne Kugel in dein Beuchlein. Du hast das gerade aus dem Picasso einen Haufen Scheiße gemacht. Eieieiei. Ruint das Picture hier. Oh, der Kevin guckt mir von hinten wieder zu. Aber du warst jetzt noch ne Traitor, oder Kevin? Ja. Na gut. Johnny ist auch die ganze Zeit weg. Genau auf deine Schmalzpinne, Johnny. Johnny sieht aus wie so ein Prediger, der gleich ne Predigt hält. Ja. Jo. Die Crowbar. Jo. Ist die beste aller Waffen. So. Machen wir den jetzt hier. Oh nein, du hast mich überzeugt. Geh mal runter hier, ich bin jetzt. Oh, ich schließe mich deinem Kult an auf jeden Fall. Hallo. Ich schließe mich deinem Kult an, Johnny. Jemand hat gerade einfach... Tro. 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 die runde nicht da unten liegt eine leiche siehst du ja das johnny wahrscheinlich stimmt tim und kevin ich bin im crowbar club hier liegt doch die leiche alter ich weiß nicht das ist ein augen weg geflogen alter ja warum seid ihr beide eigentlich trainieren warum ich jetzt 1 gegen 2 du bist dann ist kutscher noch im leben der hat das gefakt komplett verwirrt die runde ich habe keinen überblick mehr max lebt noch kommst darauf der ist hier gerade langgelaufen warum bleib ich denn hängen ich bleibe auch wohl auf der scheiß brett wo ist er hin kevin du musst mir jetzt noch passen wieso bleibt denn hängen weil du hängen geblieben bist kutscher da ist runde max kutscher was hat das mit messer nicht geklappt ich hab anlaken ist identität geschoben im messer rechtsklick auf seine leiche ne du musst links klicken auf gleich und dann musst du dann hast du dir der titel dann kannst du dich mit rechtsklick gemacht und hat das messer nicht mehr deswegen dachte ich das wäre hat geklappt ich wollte anlaken ist identität daneben und einfach zu christ zu gehen und töten ja aber da hatte ich doch ein gutes gefühl das war so ob wir jetzt mit kevin ist super ich hab nichts gemacht ja eben ja deswegen du warst der einzige der nicht bei der truppe stand was das aber scheiße was ihr macht nee das wird dann stehen wir die ganze zeit in der gruppe jetzt ja dann hättest du ja nicht alle machen stand zu dritt nebeneinander und wir dann das ging halt darum dass du nicht da war es ja jetzt gar nicht so gut das war das problem und da hat keiner von uns was getötet hat drei leute dass drei leute dass du quasi ready bist jo sehe ich genauso bei so so wirst du ja ja ich kann ja nicht riechen dass du dich totstellst aber es ist halt klar dass ich das für nächstes mal wie geht noch mal der traiter ist das reden oder und schrift ist auch reden mit allen oder hallo 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 seid ihr als inno weil ich euch höre das ist alter und schrift ist also traiter hallo traiter hallo kevin nein mann habe ich nicht verraten gerade das ist für mich ein bisschen auffällig oder ja keine ahnung das ist ein mindgame sein soll ja aber warum sollte jetzt inno ein mindgame starten dann macht ja gar keinen sinn die traiter zu verwirren wer jetzt wirklich traiter ist ne ne max ist zum abschluss freigegeben leute ich wünsche den traitern auf jeden Fall viel sparen Max sagt nix mehr ich glaube Max ist tot wenn man die identität übernimmt schreibst du dann auch in der identität hast du mich gerade geklaut das ist ne gute frage bist du das ist ne gute frage wir wollen mal mit der maus durch ja das macht nix ich scroll die ganze Zeit gerade wir müssen mal hallo suchen da müsste es ja die Waffen swippen ne das schwappt nur wenn ich drücke dann drei gehen wir alle durch vier oder sind wir gestorben ja das kann ich nicht ja 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 gut hallo schießt das ist halt irgendwie ja das max traiter ist ja klar der hat zwei Leute weggemacht gerade dann hab ich ihn mal weggemacht ne oh warte mal warte was ist denn hier los das ist scheinmal alles warte mal Lesk Lesk ja doch ich hab mal Lesk bist du Lesk ja hallo ich bin's mach mal was was nur ein Lesk machen würde bleib stehen ich hab doch gerade in Luft geschossen du Vogel ja gut dort reicht das schon ich stehe neben dir so da kann ja keiner faken gerade ich bei mir also jedes mal wenn ich Spiderman gesehen habe sah es echt so aus als würde der irgendwen was klauen wollen so der ist ja aber das ist halt so ein Traitor Ding ne jeder wusste dass Max Traitor ist und wenn du den weg machst bisher deswegen nicht Proof ja das ist sehr sehr clever das stimmt hier kommt keiner jetzt vorbei aber denkt der wirklich dass ein Splatterman so clever ist aber er läuft jetzt sofort weg ich meine wieso läuft der jetzt sofort weg kann auch hier ist Feuer keiner kommt zu mir ich meine ihr kriegt so viel negatives Kamer wenn du mich tötet warte mal hier ist gut hä gerade eben lag aber kurz ausweichen noch jemand Max ja bitte warte mal du gehst nicht zu Max Leiche verpiss dich die ist hier ne ja eben verpiss dich was soll das denn die stellt sich einfach neben die Leiche ne eben lag die doch noch hier die Sache ist wenn wir den jetzt nicht weg machen weil er Traitor ist dann sagen am Ende alle oh ihr seid voll dumm das ist mal klar dass er Traitor ist wenn er kein Traitor ist und wir ihn weg machen random kill ja es wäre halt wirklich random kill also ich meine ihr habt ja auch Verdachtsfälle aber du willst auch immer wieder zur Leiche hin ne ich will gucken ob du bei der Leiche bist weil ich dich verdächtige achso natürlich okay du bist du bist nämlich die ganze Zeit bei der Leiche und willst dass ich nicht da bin so ja hast du oh mann das jetzt will ich Johnny weg machen du kannst mich du kannst mir vertrauen oder auch nicht so aber ich würde halt dir empfehlen dass du einen Blick auf Johnny wirst ja aber davor standst du halt richtig inno das klingt halt so nicht inno Christo ich war gehockt und du kamst halt richtig an meinen Rücken als würdest du mich messer und meinen Titel klauen also wenn ihr mich da unten seht ne dann knallt mich ab also ich sag's jetzt mal so wenn Johnny noch bei der Leiche ist dann haben wir ein Problem ja aber du bist es halt was macht ihr hier beiden jetzt wieso seid ihr hier rübergekommen ja Vleska folgt mich weil der mich ja und jetzt habt ihr Johnny da alleine gelassen mit der Leiche oder was was muss ich denn für den Köpfe ey Kevin so brauchst du mir gar nicht kommen ne ja wo ist denn Johnny jetzt ja das war vielleicht bei der Leiche also wahrscheinlich ist die Leiche von Max jetzt weg Mann ey Johnny bist du noch bei der Leiche okay ich geh da jetzt runter alle sind oben Kevin ich bin ich bin hinter dir ah ja Johnny ist es Johnny ist es Max ist wieder im Leben was hinter mir hinter mir ist keiner Max ist wieder im Leben Quatsch hier ist die Leiche noch hä aber bei mir steht das Max wieder im Leben jo Johnny fick dich ja der Ficker war afk wow dein Ernst Alter ich wollte halt der Fake Leiche dahin machen wo Max ist damit Max weg geht und dann steht Max die ganze Zeit afk rum erst in meinem Leben afk weil ich gerade schon auf der Playlist die Sachen rausnehmen weil nur alle da sind ja da können kann man irgendwer kurz gucken wo ich bin ich weiß nicht wie ich hierhin gekommen bin ja das ist glaube ich auch jedem schon vielfach passiert ja das ist glaube ich auch jedem schon vielfach passiert